Hallo und herzlich willkommen in xGamesRP Ich bin heute Limbo und 8. Part von der Kampagne und es geht auch schon los Viel Spaß Wir sind hier am letzten Part angelangt Oh 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 Shit, ach shit zu spät Ok ich herunter So Jetzt müssen wir auf jeden Fall da hoch Shit herunter Es muss auf jeden Fall langsam Auf jeden Fall langsam Ok Warte mal, das geht nicht Ok machen Probieren wir mal was Wenn ich jetzt so mache Es geht viel zu schnell Schnell, schnell, schnell Schnell, schnell Come on, come on, komm Ah shit Mann Nein Soll ich jetzt gerade gar nicht So langsam So nochmal Come on Ah shit Bring gerade Ah, jetzt bin ich auch tot Mann Ja, das muss sehr langsam Rollen Okay, warte mal kurz ranziehen Ah shit, hat nicht geklappt So nochmal 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 Jetzt, jetzt sollte es klappen Jetzt sollte ich rüberkommen Glaub ich Oh bingo Sehr schön Äh shit Okay, wo muss ich jetzt hinspringen Ich muss jetzt hinspringen Dahin, dahin Äh, ich sehe nichts Ich muss hinspringen Sehr gut Oh shit, oh 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 Okay, sehr gut Okay, sehr gut Äh Äh Okay, da bin ich auf jeden Fall richtig Ich glaube mal Ich glaube mal Kann ich rausspringen? Ja, kann ich Sehr gut Okay, das habe ich Sehr schön Okay, da komme ich nicht hoch Ah, jetzt nehmen wir das Runter Andere Seite Come on, come on Okay, jetzt nicht Aufpassen Okay, sehr schön Prima funktioniert Weiter geht's Ähm Okay, da ist ein Laser Oh, wie war das nochmal? Achso, ich brauche die Kiste, glaube ich Warte mal, kann ich die Kiste nehmen? Weiß ich gar nicht Nochmal zurück Mal gucken Vielleicht kann ich ja die Kiste nehmen Ne Kann ich leider nicht nehmen Ach man So Ich muss auf jeden Fall da Rüber Ah, toll Wenn ich jetzt da runter springe, dann äh Okay Okay, da komme ich nicht ran Da komme ich auch nicht ran Ähm Kann ich irgendwas nehmen? Ne, kann ich nicht Probieren wir es einfach mal Eigentlich dürfte gucken Okay, ich habe ein kleines bisschen Zeit, sehe ich gerade Äh Äh, wo bin ich jetzt? Okay, ich bin da Also anscheinend brauche ich die Kiste doch Ne Also die Kiste bekomme ich doch nicht Jetzt muss ich kurz was überlegen So 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 der Laser und der Laser Der Der braucht ein bisschen Jetzt muss ich die ganze Zeit springen, oder was? Warte mal, ich muss gucken Es bringt doch nichts, wenn ich jetzt die ganze Zeit springe Oh Kann ich über die Knie nicht, kann ich nicht Oh, die Kiste geht nicht Irgendwas brauche ich da Oh Okay, da muss ich gar nicht Oh, come on Also da passiert gar nichts Also wenn ich das Wenn ich da jetzt rüber renne Warte mal, kann ich mich hier runter lassen? Nee, ich glaube nicht Oh man Okay Okay Ah, okay Alter Ist der jetzt ausgeschaltet? Nein, immer noch nicht Okay Ich komme Ah, sehr schön, sehr schön Prima funktioniert Oh Oh, okay Der rennt da ein Sehr schön Also die Waffe geht da ein So, was passiert jetzt? Okay Da komme ich nicht ran Okay Die Kiste ist da unten Da unten ist die Kiste Sind zwei Ah, okay Ah, okay hopefully Oh, shit Oh, no 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 Das Ganze ist normal ach man okay bleibt da oben okay ist hier gerade das gestein alles kommt jetzt überhaupt was bringt das jetzt bringt gar nix na toll jetzt habe ich gedacht oh ne ah ok dahin wollte ich das gerade gar nicht nochmal ok das geht dahin warte mal ok wenn ich jetzt hier stehen bleibe warte mal ok da komme ich hoch sehr schön hört sich das schiebe ich das ungefähr dahin ok sehr gut so jetzt komm runter ok ich hab dich sehr gut so jetzt gehst du da nach oben weiter geht's so was passiert jetzt ähm ok hä ok so da ist eine kiste da ist zwei kiste was sind die da ist die zweite kiste ich muss irgendwo da nach oben hin oh geh doch da runter danke ok ah shit So, das machen wir jetzt so. Ähm. So, jetzt gucken. Mann, geht doch da hoch. Warte mal, jetzt weiß ich nicht, ob ich die Kiste, aber die Kiste ist da, okay. Halt es kurz runter. Ah, no, 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 ah, shit, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Okay, kein Problem. So, jetzt gucken. So, wo sind die Kisten jetzt? Okay, die Kisten sind da. Okay. Also beide gehen auf jeden Fall nicht, was ich gerade. Ich habe jetzt irgendeinen Fehler gemacht. Okay, da komme ich nicht lang. Also kurz, ich brauche die Kiste, glaube ich, für da oben. Ja, nee, brauche ich gar nicht. Doch. Kommt die Kiste da durch? Nee. Ja, und jetzt? Ich muss auf jeden Fall. Warte mal. Ah, wenn ich jetzt draufsteige, dann gehen gleich beide hoch. Mir sollte sie nicht hochgehen. Gucken. Okay, da geht die hoch. Ah, toll. Bringt gerade überhaupt nix. Ah. Das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Ach, Mann. Hier runter. Ja, okay. So, lassen wir mal so. Springen wir rüber. Ah, ich glaube, es ist zu weit. Nee, ist richtig. Danke. Ah, nee. Ich hätte die ein bisschen weiter nach hinten schieben müssen. So, hier. So. So, jetzt ist die da. So, habe ich. Sehr schön. Aber ich glaube mal. Warte mal, das geht bis dahin. So, jetzt gucken. Äh. Ich glaube nicht, dass sie jetzt da oben ist. Ich bezweifle das, dass sie jetzt da oben ist. Ah, die steht immer noch in den gleichen Fleck. Oh, no, 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 no. Ähm. Okay, machen wir mal so. Weil ich sehe das jetzt nicht. So, da schieben wir bis ganz nach hinten. Damit ich eine Chance habe, da hoch zu klettern. Let's gucken. Come on, come on, come on. Ah, shit, 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 shit. Yes. Okay, habe ich. Sehr schön. Oh, 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 aufpassen. Okay, habe ich. Sehr schön. Okay. So, da komme ich jetzt nicht ran. Da komme ich auch nicht ran. Ja, wie mache ich das jetzt? Äh, überlegen. Da komme ich nicht hoch. Da ist die Leiter. Okay, die geht hoch. Ach so, ah, okay, okay, okay. Okay, jetzt weiß ich. Geh' doch runter, danke. So, das ist da. Schieben wir mal bis ganz nach oben. Ich hoffe, das war... Ach, man, das war jetzt gerade gar nicht. Shit, 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 schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. Ah, shit, hat nicht funktioniert. So, wo bist du? Du bist hier, okay. Okay, jetzt mache ich das nochmal da hin. Nochmal runter. So, das ist gleich nochmal. Ah, schieben wir da hin. So, so bis ganz nach oben. Reicht aus. Komm mal hoch. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Yes. Sehr gut. Prima funktioniert. So, was passiert jetzt? Ah, jetzt kommt das. Ah, okay. Geht das geht runter? Wie weit geht das runter? Okay. Okay, das geht da hin, das geht da hin. Oh. Ach so, okay. Nach unten. Ah, shit. Zu spät abgesprungen. Mann. Okay, so meine Freunde, das war der achte Part von Limbo. Wir sehen uns im nächsten Part. Next Games AP ist raus. Haut rein. Ach thietsad. 가지in. Und, wenn wenn da nicht traurteint. Sagen. Wir sehen. Das können wir wenn da Gueye hin.